Was ist Ihr Forschungs-, Lehr- und Aufgabenbereich an der Universität Marburg? Ich bin gelernter Sprachwissenschaftler mit Schwerpunkt in Phonetik und Psycholinguistik, habe im Bereich Computerlinguistik habilitiert und in diesem Bereich auch bis Mitte der 1990er Jahre geforscht. Sie beschäftigen sich schon seit fast drei Jahrzehnten mit E-Learning in der Theorie und der Praxis. Wie kam es, dass Sie als Studierter, Anglist und Linguist ausgerechnet zum Experten für E-Learning geworden sind? Eigentlich hat das alles schon 1983 begonnen, als ich stolzer Besitzer eines Commodore VC20 war und mir die Frage stellte, wie kann ich mit Technologieeinsatz meine Lehre verbessern? Die Lösung damals, ein mühsam geschriebenes Basic-Programm mit Assembler-Anteilen, das eine kurze Animation darstellen konnte. Die Lösung heute, unser mittlerweile preisgekröntes Inverted Classroom Mastery Model, bei dem die Inhaltsvermittlung online und die Inhaltsvertiefung in Präsenz erfolgt und dazwischen ein Mastery-Test, das online erworbene Wissen überprüft. Hatten Sie damals von Seiten der Universität und oder Studenten mit Widerständen oder Akzeptanzproblemen zu kämpfen? Und heute? Oh ja, die Widerstände waren enorm und sind es teilweise noch immer. Der Vorwurf, ich würde Stellen abschaffen, steht ja seit Jahren, wie man jetzt weiß, völlig unbegründet im Raum und die Missstände, die ich in puncto Lehre in meinem Buch Patient-Hochschullehre dargelegt habe, wurden mir als Nestbeschmutzung vorgeworfen, obwohl mir von vielen mittlerweile bestätigt wurde, dass ich in allen Punkten Recht habe. Erst seit dem Gewinn zweier renommierter Preise mussten einige wohl eingestehen, dass ich wohl doch nicht ganz so falsch liege. Aber eines ist auch klar, die technologische Schere zwischen mir und meinen Kollegen öffnet sich permanent weiter. Doch so ganz allmählich verspüre ich auch Akzeptanz und so mancher sieht wohl ein, dass man sich vor der Digitalisierung der Lehre nicht so einfach wegducken kann und man sucht meine Beratung. Welche E-Learning-Maßnahmen funktionieren besonders gut in Ihrem Einsatzgebiet? Nun, in meinem Fach der Linguistik spielt Audio eine besondere Rolle. Man muss Sprachen hören können, man will Dialektbeispiele illustrieren, man betreibt wissenschaftliche Soundanalyse und so weiter. Und das klappt mit klassischen Medien nicht. Daher haben E-Learning-Komponenten und E-Assessments mit Sound-Unterstützung seit vielen Jahren enorme Mehrwerte im Vergleich zu klassischen Formaten bewirkt. Und noch etwas, die Linguistik ist kein Schulfach. Daher muss viel Grundlagenwissen vermittelt werden. Und das muss man ja wohl nicht jedes Semester aufs Neue tun. Also besteht hier ein hoher Digitalisierungsbedarf. Welche Erfahrungen haben Sie speziell mit dem Einsatz von Videoinhalten gemacht? Abgesehen vom hohen Potenzial von Videos für die Inhaltsvermittlung, Vermeidung von Redundanz, eigenes Lerntempo und so weiter, Sie kennen die Argumente, haben mir die Videos über unsere YouTube-Kanäle eine enorme Wertschätzung entgegengebracht, die ich durch meine Kollegen nie bekommen hätte. In unserem großen Videokanal The Virtual Linguistics Campus mittlerweile der größte seiner Art weltweit, überschüttet man mich ja geradezu mit Lob. Das macht schon Spaß. Eine Wertschätzung für die Lehre, wie es sie sonst nicht gibt. Video-Learning setzt sich derzeit in der Unternehmensweiterbildung sehr stark durch. Sehen Sie diesen Trend auch an Hochschulen? Nun, hier muss man differenzieren. Viele Hochschulen setzen, leider immer noch, auf die unsägliche Vorlesungsaufzeichnung, einem Videoformat, das weder eine neue Didaktik noch besondere mediale Gewinne mit sich bringt. Hochschulen, die es ernst meinen mit der Digitalisierung, setzen auf speziell produzierte Lehrvideos, die je nach Aufwand sehr schlanke Produktionen sein können, aber auch Studioqualität besitzen. Ich bin ja zurzeit viel an deutschen Hochschulen unterwegs und berate und schule dementsprechend. Und von Vorlesungsaufzeichnungen rate ich dabei ab. Ein Gedankenexperiment. Wenn Sie verantwortlich wären für die digitale Lehre in ganz Deutschland, welche drei Maßnahmen würden Sie als erstes umsetzen? Das kann ich ganz einfach beantworten. Maßnahme 1, Wertschätzung Lehre. Maßnahme 2, Wertschätzung Lehre. Maßnahme 3, Wertschätzung Lehre. Mit anderen Worten, bevor nicht die Lehre einen neuen Stellenwert an den Hochschulen, speziell an den Universitäten bekommt, an denen man sich ja bisher fast ausschließlich über Forschung profilieren konnte, bevor das nicht passiert, brauchen wir nicht über eine flächendeckende Digitalisierung der Lehre nachzudenken. schönen Sie. Näht euch, wo es denn ist? Vielen Dank.